So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und es ist immer noch Dienstag bei mir. In knapp einer halben Stunde geht die Spotlightstunde los, also der Stream für die Spotlightstunde. Ich möchte jetzt aber immer noch Video vorproduzieren und ein kleines GBL-Video darf nicht fehlen für die Zeit, wo ich nicht da bin. Obwohl das wahrscheinlich jetzt für Sonntag geplant wäre und Sonntag müsste ich ja definitiv eigentlich wieder da sein, aber ich weiß nie, was passiert, dann ist auch der Kaumalad-Z-Day, keine Ahnung, wie auch immer, ich weiß nicht, wie lange die bleiben. Deswegen jetzt fix ein Video in der GBL, die neue Season hat angefangen, Superliga ist wieder da und ich empfehle euch jedes Mal, wer sich nicht auskennt oder wer ein bisschen Tipps braucht oder so, guckt auf die pokefans.net-Seite. Die haben hier für jede Liga, die haben Superliga, Hyperliga, Meisterliga, haben sie diverse Berichte, die Tierlisten, die Teamsammlungen, Pokémon für wichtige Rollen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Tierlist drauf und je besser das Tier ist, desto besser eben das Pokémon allgemein. In Tier 1 ist immer noch Meditalis. Ganz alleine Tier 2 sind Pokémon, die richtig nützlich sind für die Superliga momentan. Ihr habt auch immer die Attacken, mit denen ihr spielen könnt. Es gibt immer zwei verschiedene Kombinationen, ihr könntet so machen oder so machen oder hin und her. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, guckt hier mal rein. Und ich habe zum Beispiel immer hier geguckt nach den Teamsammlungen. Denn wenn ihr nur aus der Tier 2-List zum Beispiel drei Stück nehmt, die alle den gleichen Typ haben und die gleichen Attacken, dann seid ihr sehr einseitig aufgestellt, das bringt nichts, also braucht man ein ausgewogenes Team. Sprich, Teamsammlung angucken. Hier habt ihr ein paar Teamsammlungen aufgestellt, ihr seht so oft, dass Azumarill überall dabei ist. Azumarill, 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 Azumarill. Ich habe aber dieses Team hier, was auf der zweiten Stufe hier steht, Altaria, Registil, Dioxys, habe ich gedacht, das nehme ich mit, Dioxys, Registil, hat eine Schäder, hast du wieder einen fairen Vorteil, ne? Weil du so aktiv damals gezockt hast. Altaria sowieso, cooles Pokémon. Hier ist zum Beispiel Krypto-Hypno dabei, weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt eines habe. Keine Ahnung. Deswegen, ich spiele momentan mit Altaria, Feuer, Odem, Himmelsfähiger, Drachenpuls, Registil, Zielschuss, Fokus, Stoß, Lichtkanone, Dioxys, Kondar, Steinhagel, Donnerblitz. Und das heißt, wir gehen jetzt auch direkt ins Spiel. Ich versuche euch wieder die Artikel, beziehungsweise die Seite unten zu verlinken. Ich habe mir das Team zusammengestellt. Oh. Hm. Das ist natürlich jetzt... Ich war letzte Season nur Rang 7. Ich habe relativ wenig gekämpft. Ihr seht, 63 Kämpfe nur gemacht. Aber längste Serie 13. Gerade mal 52.000 Staub verdienen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie war eure letzte Season, welchen Rang hattet ihr, welche Serie, wie viel Staub, wie viele Kämpfe, wie viele Siege. Schreibt es mal rein. Das ist halt nicht krass. 37 Siege, 63 Kämpfe, wenigstens mehr Siege als Niederlagen. Und jetzt sind wir wieder bei 0. Ich habe hier aber noch 2 Kämpfe offen in dem alten Set. Das heißt, wir müssen schon mal hier drauf Superliga nehmen. SSS steht hier da. Ist alles beschriftet. Ich habe letztens also am Anfang der Season schon mit diesem Team mal gekämpft für eine Folge. Und direkt am nächsten Tag war dann die Hyperliga da. Und ich dachte, toll. Jetzt habe ich mich gerade versucht, ein bisschen an das Team zu gewöhnen und da reinzukommen. Wechselt das schon wieder, weil ich immer so lange rumknöre. So. Deswegen gucken wir jetzt mal rein. Wir spielen das jetzt mal. Vielleicht schaffe ich es öfters mal, GBL jetzt zu zocken. Diese Season sollte es nämlich sehr einfach sein, Rang 20 zu erreichen. Die Aufstiege und Möglichkeiten sind irgendwie anders umgesetzt. Also ihr wisst ja, damals gab es ja auch die Möglichkeit, den letzten Rang zu erreichen, Wrestler Pikachu zu bekommen. Ganz schnell und einfach. Ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich gerade mache oder mit was ich spiele. Komisches Pixie am Start. Was kann das? Knuddler, Eisstrahl, sonst was. Es macht Mondgewalt. Okay, es ist sehr effektiv. Ich bin gleich tot. Nein! Hätte ich mich nicht aufs Reden konzentriert. Mondgewalt, 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 Mondgewalt. Der macht nichts, der teilt nicht aus. Der ist behindert. Ich nehme einfach mal den. Der einfach keinen Schaden macht, aber seine Moves voll. So. Ab Rang 5 sollte es dann Finn Lu geben oder wie der Typ heißt. Ich habe... Was für eine Vorbereitung. Ich habe alles vergessen schon wieder, was ich gerade sagen wollte. Lin Fu oder sowas. Sowas ähnliches. Jetzt habe ich vergessen hier zu drücken. Irgendwie gibt es Lin Fu aber doch ab Rang 6 erst. Also Rang 5 hat auch nicht gepasst. Als garantierte Belohnung ist alles ein bisschen hektisch, ein bisschen problematisch. Wir sind jetzt auf jeden Fall hier drin. Wir fangen jetzt mal hier mit Lichtkanone an. Er hat ja jetzt eh keine Schilder mehr. Und eigentlich ist das immer effektiv gegen Kampf-Pokémon. Was will ich da mit Kampf-Moves angreifen? Also greife ich natürlich jetzt mit Stahl an. Gar keine Frage. Jetzt könnte man denken, das war bewusst so gewählt. Er hat Kampf gegen mich. Das heißt, ich wechsle mal lieber schnell. Und gehe auf meinen Oji. Lasse ich mal durch. Da kenne ich nichts. Wir spielen also fünf Kämpfe eigentlich. Aber ich muss ja die zwei noch fertig machen. Das ist natürlich jetzt doof, weil jetzt habe ich noch mehr Stress. Weil der Zeitdruck ist da. Fünf Kämpfe brauchen sowieso schon immer ein bisschen. Jetzt muss ich statt fünf sieben machen. Das dauert also noch länger. Ich muss die zwei also hier schnell fertig spielen. Ja, ja, ja. Sehr effektiv. Kampf gegen Unlicht. Das können wir uns schon mal merken. Für spätere Matches. Wo es dann um die Wurst geht. Das können wir wieder durchlassen. Wenn ich es eben überlebt habe. Da werde ich es jetzt auch überleben. Denke ich mal. Komm, wir gehen sogar mal auf Donnerblitz. Mit mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Können uns das mal angucken. Was das macht. Ob das gut ist. Ob das schlecht ist. Dann wackele ich so sehr hier rum. Der ganze Tisch fliegt durch die Gegend. Jetzt kommt immer noch Kigli rein. Das ist sehr schön. Bring nochmal dein Kigli an den Start. Er kann keinen Move machen. Ich habe sogar noch ein Schild übrig. Ich habe noch meinen Registil übrig. Egal. Wer haut jetzt hier drauf? Nochmal mit Stein. Müsste reichen. Nicht sehr effektiv. Aber nur noch wenig Energie. Erstes Match ist also im Kasten. Wow. Richtig brutal. Und das geht natürlich jetzt alles nicht auf. Weil es ungerade ist. Also fünf ist auch ungerade. Aber sieben. Ist halt. Weiß ich nicht. Aber okay. Man braucht glaube ich sowieso nur einen Sieg. Um auf den nächsten Rang da zu rutschen. Gerade am Anfang. Die ganzen ersten zehn Ränge. Ist glaube ich immer mit einem Sieg. Dass du schon den nächsten erreichst. Ihr könntet also alles verlieren im ganzen Set. Außer einen Sieg. Und würde trotzdem aufsteigen. Außer ich habe es wieder falsch gelesen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt. Aufsteigen. Danach. Selbst wenn wir alle fünf gewinnen. ist das nicht unbedingt mehr wert. als wenn wir nur einen gewinnen. So komischerweise. Also ihr bräuchtet gar nicht. Ist nur für die Statistik dann. Aber für den Aufstieg. Bringt das da noch nicht so viel. So. Flug. Der ist Kampf. Flug gegen Kampf. Müsste auf jeden Fall gut sein. Ich habe ja zugehört. Was ihr immer so schreibt. An Kommentaren und alles. Ja. Hat er auch abgewehrt. Ansonsten mache ich trotzdem recht gut Schaden. Und er eben nicht. Das heißt ich würde seinen Move auch wieder durchgehen lassen. Wundert mich auch dass er nicht wechselt. Vielleicht hat er nichts besseres. Krasseres. Weil hier kommt er jetzt nicht unbedingt weit. Das heißt ich kann ihn sogar noch ein bisschen runterfahren. Ein Schild von ihm ist weg. Ich habe mein Mojito noch. Magmar. Wir pusten mal auf Magmar drauf. Wenn ihr seht. Ah da ist Feuer. Und geht hin und pustet. Oder pustet in die Glut. Dann wird das immer noch heißer. Und geht übelst auf. Er hat sein Schild weggemacht. Farmt er an mir? Farmt mich an ihm? Wer farmt überhaupt an wem? Das hat auch übelst reingecashed. Reingecashed. Registilneigndeoxes. Weil der verbrennt sich ja dann an mir. Wir hauen also ein bisschen drauf. Er ist weg. Er hat auch keine Schilde. Ich habe noch zwei Schilde. Also Schwalbos. Da nehmen wir. Na gut eigentlich ist es egal. Es ist ein Vogel. Wir könnten Steine drauf werfen. Wir können hier mit einem Blitz ankommen. Und können ihn grillen. Das müsste beides effektiv sein. Ist also komplett weggerust worden. Und es ist diesmal wirklich, dass ich zum Anfang der Liga spiele. Gestern Montagabend 22 Uhr hat die Liga gewechselt. Die neue Saison hat begonnen. Die neue Season. Und jetzt hier am Dienstag sitze ich schon da und kämpfe. Das ist eine Weltpremiere. Das gab es noch nie. Hier gibt es einfach ein wildes Macho mal aus der Belohnung. Aber ja das gibt es glaube ich in der Season als garantierte Pokémon Belohnung auf dem ersten Rang. Also die Belohnungen diesmal sind schon fett. Auch das neue Pokémon dabei sind und so. Macht auf jeden Fall erstmal ein bisschen mehr Anreiz als letztes Season. Man sieht es ja sonst immer. Ich versuche wenigstens immer bis 10 zu kommen. Dann lasse ich es wieder schleifen. Aber letztes Season auf Rang 7 und dann gar nichts mehr gemacht. Ich habe wirklich nur dreimal gekämpft. Für die Folgen immer. Macho, okay. Hey, ich wollte eigentlich gucken ob der gut oder schlecht ist. Wir sind nicht aufgestiegen. Jetzt reicht es. Zu wenig Kämpfe. Haben wir noch Kämpfe da? Keine mehr. Weiter geht es immer noch Rang 1. Jetzt aber schnell 5 Stück. Es ist 29. Gut, ich habe dies. Normalerweise fange ich 17.50 an mit dem Stream. Diesmal habe ich einfach 18 Uhr hingeschrieben. Das heißt, wenn die 18 Uhr anfangen muss ich auch erst 18 Uhr da sein. Ihr seht das hier. Zack, ist alles hier vorbereitet. Ja, trotzdem. Hallo, Gegner. Gegner. Ist kein Gegner da. Vielleicht wird das Video hier auch niemals online kommen. Fehler bei der Spielersuche. Ja, ich bin halt... Die Leute haben Angst. Fallen reihenweise um. Jetzt kommt gleich einer mit Rang 10. Yasuaki 11. Ach, jetzt... Was ist das denn? Vor allem hört man die im Hintergrund kämpfen und da ist einfach das Machomai drauf. Was hat er hier? Dioxys. Was hat er jetzt? Boldarus. Ja, dann nehmen wir doch Dioxys, oder? Weil wir müssten sehr effektiv sein gegen seinen Boldarus. Wenn er gewechselt hat, wechseln wir hinterher. Wir lassen auch mal seinen Move durch, weil ich nicht weiß, was er hat. Gestein dürfte bei ihm jetzt nichts bringen. Elektro dürfte bei ihm auch nichts bringen. Er hat hier so Flammenwurf-mäßig was am Start. Wir hauen einfach weiter drauf. Wir gönnen uns jetzt richtig... Er versucht aber auch hier rumzufarmen. Ich glaube, jetzt müsste ich aber mal... Jetzt müsste ich mal abschilden, sonst liege ich gleich in der Ecke mit meinen 10er-Tacken. Und versuche die 10er-Tacken beim nächsten wegzukriegen. Außer der hat noch mehr und setzt gleich nochmal einen ein. Nee, er ist weg. Und jetzt muss ich was einsetzen. Ich weiß nur nicht was. Wen hat er? Die Oxys. Ja, komm, ich... Ich muss jetzt trotzdem was raushauen. Sonst nehme ich die ganzen Charge-Moves mit. Ich weiß nicht, was mehr bringt gegen die Oxys. Steinhagel oder Donnerblitz. Wir können ja mal noch einen Donnerblitz hinterher machen. Einfach so zum Spaß, um das auszuprobieren. Vielleicht sollte ich mich auch mehr darauf konzentrieren, hier mal wirklich einfach fabelhaft zu gehen. So, beides abgewählt. Hab von beiden jetzt keinen Plan gehabt, was jetzt gut ist und was schlecht ist. Er ist beim Altaria rausgewechselt. Heißt das, er hat Angst vorm Altaria oder um was geht's da? Für mich heißt das eigentlich nur, dass ich wieder reinkomme. Der könnte aber jetzt auch Stein haben. Okay, er lebt nur. Und er hat noch einen, den werden wir aber jetzt ab und setzen mal Drache, Flug, Flug, Drache. Komme ich überhaupt zu irgendwas? Panzer Aeron. Toll. Jetzt wechselt er natürlich. So ein Splasher. Ich sag's euch. Jetzt haben wir hier uns für Drache entschieden. Aber sind bei Panzer Aeron nicht sehr effektiv. Okay. Bringt das jetzt was? Das bringt nix. Wahrscheinlich müsste ich sowieso wechseln, aber ich bin jetzt tot, denke ich mal. Das kann den Panzer Aeron. Panzer Aeron hat Himmelsfeger. Ja. Ja. Den können wir mal zurückgeben. Gucken wie das dann aussieht. Und ich verpasse alles. Überall vorbei. So, jetzt bin ich tot. Hab nur noch eins. Er hat natürlich noch zwei. Also die Runde ist auf jeden Fall nicht so gut gelaufen für mich. Jetzt schon nicht, sag ich mal. Es ist auch schlecht, mit Zielschuss den Gegner runterzufahren. Das heißt, du brauchst ewig, um dann deinen Charge-Move voll zu haben. Und dann kannst du ja die anderen Charge-Moves auf den nächsten packen. Aber mit Zielschuss ihn umzubringen, das ist wirklich ein LKW-Fahren. So, die Oxys. Was hab ich denn jetzt? Ich hab hier Lichtkanone, die Oxys, Fokusstoß, sonst was. Ich bin jetzt auf Fokusstoß gegangen. Vielleicht hätte ich auf Stahl gehen sollen. Was macht die Oxys? Ich hab noch nie gegen die Oxys gekämpft, außer jetzt eben. Aber trotzdem, wir hauen drauf. Und wenn der Nächste voll ist, nehmen wir den auch mit. Und komm hier, dann stahl hinterher noch eine Lichtkanone reingezimmert. Aber er macht erst mal. Steinhagel. Nicht sehr effektiv. Wir testen mal die Lichtkanone. Ramsys, hättest du den Fokusstoß noch gemacht, wäre der tot. Und was macht er hier? Auch tot sein? Yeah. Wir haben es geschafft. Ohne Ahnung, einfach zum Erfolg. So muss das sein. Noch vier Matches. Es ist 33. Wir haben jetzt drei Minuten dafür gebraucht. Okay. Da würden wir ja zehn Matches schaffen in der Zeit. Wenn wir eine halbe Stunde Zeit haben. Drei Minuten für ein Match. Zehn Matches. 30 Minuten. Das heißt, das passt, das passt, das passt. Es muss nur zügig gehen. Es tut mir leid, dass es ein bisschen hübbelig ist. Ich bin ja sonst eher so eher übelst gechillt. Übelst heftig gechillt. Richtig zurückgeblieben. Normalerweise. Aber diesmal ist das ein bisschen anders. Boah, hier würde ich jetzt gerne auf das Deoxys wechseln. Was mit seinen Kampfattacken angreift. Aber... Oh, er. Er kommt mit Rai-Chu. Äh... Ja, dann gehe ich mal auf Regist-Deal, ja? Was vielleicht sehr robust ist gegen Elektro-Attacken. Ach nein, der hat Durchbruch. Seit wann denn das? Wer hat ihm denn das beigebracht? So, Durchbruch. Egal. Wäre halt ab. Ich habe extra nicht meinen anderen Kollegen genommen und dachte hier, das klingt gut, aber das ist ja GBL. Da machen die Leute ja sowieso irgendwas. Hat er noch ein Schild jetzt? Ich meine, ich habe meinen sehr aufgehoben bis jetzt. Der wird mir zwar ein bisschen gefährlich, aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem. Oh, ich muss ein Schild nehmen. Wenn der nicht durchgeht jetzt, die Lichtkanone. Vielleicht ist wenigstens dann sein Schild aber noch weg, was er da hat. Denn die Lichtkanone ist eher fertig. Jetzt holt er wohl Nona rein. Wohl Nona wäre doch jetzt wieder sinnvoller gewesen, einen Kampf-Move zu machen oder nicht? Jetzt habe ich die ganze Zeit mich... Oh, er ist tot. Na, dann will ich nichts gesagt haben. Dann ist alles gut. So können wir das gerne machen. So, er ist drin. Jetzt komme ich aber mit Kampf. Und aus Versehen. Aber ich wollte das Schild gar nicht nehmen. Ich habe einfach nur rumgedibbelt. Steigerungshieb. Ja, ja. Sehr schön. Zeig mal, was du hier so hast. Machst du noch einen. Machst du noch einen. Steigerungshieb. Nochmal wechseln. Nicht wechseln. Den drin lassen. Gar nichts. Der pusht sich hier auf, aber... Ich würde, glaube ich, gerne meine Moves mitnehmen. Toll. Jetzt wollte ich meinen Move machen, weil ich dachte, er hat ja trotzdem noch ein Schild. Ich glaube, der knallt mich hier einfach weg. Ja, und jetzt setzt natürlich den Move ein. Okay. Machen wir mal fix so. Eigentlich ist egal, ob der jetzt abwehrt oder nicht. Ja, aber er wehrt ab. Aber vielleicht kriege ich ihn... Nee, ich muss trotzdem einen Move machen. Hier, es geht nicht. Jetzt habe ich hier Gestein. Ich muss einen Move machen. Sonst wäre ich jetzt gestorben und hätte keinen Move... Äh, wären die Moves wieder umsonst voll gegangen. Den ruhe es mal auch weg. Hol mal den anderen zurück. Kannst du gerne machen. Du gegen mich. Ich klatsche dich. Super. Wow. Wie toll das funktioniert, oder? Zwei. Noch drei Matches. Ich habe schon wieder vier gezeigt. Gut. Noch drei Matches. Im Endeffekt haben wir ja nicht zwei gemacht. Im Endeffekt haben wir ja schon vier gemacht. Habe ich jetzt eigentlich alle gewonnen? Die letzten zwei gewonnen? Die zwei gewonnen? Das heißt... Unbesiegbar. Melon Monkey. Rang vier. Das ist ja klar. Ähm... Galaflunschlik. Kampf. Kampf. Vielleicht. Keine Ahnung, mit was der angreift. Aber wenn ich... Ich traue mich nie zu wechseln. Ich weiß, sobald ich zuerst wechsle, habe ich die Arschkarte. Deswegen... Mh... Machen wir am Anfang halt immer den hier, ne? So, ein bisschen. Ich kann ja jetzt ihm auch mal was draufgeben. Ich meine, das ist jetzt nicht so extrem effektiv gewesen von ihm. Also... Vielleicht können wir beide hier so ein bisschen rumschlängern. Ich lasse auch nochmal durch. Ich traue mich ernsthaft nicht zu wechseln. Ich hätte gerne mit dem Dioxesitz auf ihn draufge... Hä? Hat das jetzt mehr abgezogen als eben? Der hat doch eben nicht so viel Schaden gemacht, oder? Ja gut, lass mir mal wenigstens den Himmelsfeger noch hier durchbringen. Testweise. Jedes Pokémon, was ich sehe, ist für mich komplett neu. Ich habe keine Ahnung von Attacken und Typen. Und vor allem, was die alle so haben können. Deswegen... Verzeiht mir bitte. Sobald ich einmal das Fünfer-Set durch habe und denke, ungefähr jetzt habe ich mich reingefühlt, hat bisher dann immer die Liga gewechselt. So, wir kommen mal mit Dioxes rein. Er macht schon wieder eine Attacke. Der hat gefarmt. Steinhagel. Komme jetzt aber ich mit? Oh, und er wechselt natürlich. Wenn er wechselt, das kann ja nichts Gutes sein. Sehr Piroial. Ähm... Was kann der denn? Pflanzen-Moves? Hat er noch was krasseres am Start? Habe ich da was mit... Bringt mir das was mit Registil? Ich weiß es nicht. Donner bringt doch auch nichts. Irgendwie bringt gar nichts was. So gefühlt. Wir werden es mal kurz ab. Ich muss mich... Flora-Statue... Hm. Das ist ein Rätsel für mich. Aber er hat immer noch zwei Schilde. Er könnte ja jetzt wenigstens mal eins nutzen. Obwohl mein Kollegen hier bräuchte ich ja nachher noch für den anderen. Nee, wir lassen durch. Oh... Vielleicht hätte ich etwas noch nicht durchlassen sollen. Jetzt habe ich nicht mal mehr meinen Kämpfer... Jo, ich bin Registil. Und du? Ja, ja. Freu dich nicht zu früh, Registil. Ich glaube, nur weil er grün ist, ist er nicht dein Bruder. Flora-Statue... Runder farmen mit Zielschuss ist halt wirklich einfach... Mist. Ja? Aber alle schwören auf Registil. Registil ist der Boss. Aber guckt euch das an, wie ich mit Registil einfach nur am Versagen bin. Wow. Pelipper ist noch am Start. Habe ich jetzt das Schild genommen, oder nicht? Meteorologe. Okay. Ja, dann mach halt, ne? Das heißt, ich werde dich jetzt gleich mal hier mit der... Jetzt darf der wieder zuerst? Aber das ist ja eigentlich Quatsch jetzt hier, ne? Der war doch eh nicht krass, der Move. Jetzt habe ich natürlich hier schon gedrückt und da gedrückt. Und überall. Er kann nicht mehr abwehren. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Und dann stehe ich wieder da. Und bis ich dann voll bin, bin ich wahrscheinlich schon wieder tot. So. Wow. Guck dir das an. Aber sein Flunkiefer ist doch tot, oder nicht? Den hat er doch jetzt gar nicht mehr rausgeholt. Da müsste der ja schon weg gewesen sein. Ich habe vorhin gedacht, der hat einfach gewechselt. Aber irgendwie scheint er doch gestorben zu sein. Das ist jetzt schon die erste Niederlage. Ja. Ja. Fertig. Ein Pelipper. Noch nie gegen ein Pelipper verloren. Das erste Mal in der Weltgeschichte. Aber egal. Zwei Kämpfe noch machen. Ich muss das registrieren. Pack das Registil raus. Nehmen Azumarill rein. Ja. Das kann wenigstens mit Wasser. Dann hat das noch so Eis dran. Und das ist doch auf jeden Fall viel schöner. Warum? Ah. Triff Zäbli. Schwache Verbindung. Ich hoffe, der Gegner ist rausgeflogen. Und ich kann ihn jetzt einfach besiegen, ohne dass der angreift. Nein. Er greift an. Äh. Der macht doch aber, glaube ich, auch so Elektromoves, oder? Na egal. Wir lassen es mal durch. Eissturm. Das wird ja mal schlimmer. Wieso? Ja. Gegen den Flug-Pokémon. Und jetzt Flugattacken einzusetzen. Ist bestimmt auch wieder nicht das Sinnvollste. Jetzt hat er schon wieder Griselda drin. Was nehme ich denn gegen Griselda, Mann? Einfach mal Registil reingeholt. Einfach nur, weil die beide dick sind. So. Und er greift auch wieder zuerst an. Ich lasse es mal durch. Bestimmt so Mondgewalt oder irgendwas. Macht er ja gerne mal. Sehr. Wenn ich was sehe, was du nicht siehst, dann mache ich eine Lichtkanone. Kraftkoloss gegen Griselda ist bestimmt auch wieder Quatsch. Also nehmen wir die Lichtkanone einfach. Hauen wir einmal drauf. Sehen, dass wir eigentlich gut einstecken. Wir würden hier noch ein bisschen rum. Machen nochmal Lichtkanone. Werde jetzt ab. Er hat immer noch beide Schilder. Und ja, der wehrt ab. Plus. Nö, den lasse ich durch. Nicht mit mir. Hier. Junge. Mach, mach, mach. Mach, was du denkst. Ist mir alles egal jetzt. Du willst da rum. Ich will da auch rum. Bei so wenig natürlichen Charge-Move zu bringen, ist halt trotzdem nicht cool. Aber ich will ja auch nicht cool sein und deswegen mache ich das einfach trotzdem. Jetzt ist er nämlich weg. Wir können uns schon mal angucken, was uns umbringt. Ähm, trifft Zäpli schon wieder. Und jetzt Azumarill noch hinterher. Ich habe wieder keine Ahnung. Wer knallt erstmal drauf. Meiner ist jetzt weg. Er hat noch ein Schild. Ich habe zwei Schilder, aber ich habe nicht wirklich was Sinnvolles. So, wir haben, glaube ich, Donnerblitz hier auf dem. Also, wir haben Elektro-Attacken. Also, ich muss nur meinen Teil ein bisschen schützen. Aber er hat auch nochmal. Ich glaube, das Beste wäre, wir würden zuerst Steinhagel machen. Weil der sicherlich schildert beim ersten Mal. Wenn er das jetzt durchgelassen hätte, hätte ich ihn natürlich nicht mehr schildert. Sowieso. Ja, das dachte ich mir schon. So, ich habe jetzt einfach mal gewechselt aufs Altaria. In der Hoffnung, dass er das Altaria umbringt. Und ich meinen noch habe. Muss ich wenigstens kein Schild nehmen. Und jetzt aber, er kein Schild mehr hat. Und ich mit Donnerblitz ankomme und ihn weggrille und alles verfehle. Das ist das erste Mal, dass sowas wie eine Taktik entsteht. Und ich habe noch ein Schild. Also, ich bitte euch. Und er ist auch noch sehr effektiv gegen mich. Also, ich bitte euch nochmal. Ja, ich habe vergessen, was der für Attacken hat. Eissturm. Oh, den hätte ich doch durchlassen können. Aber jetzt. Fels. Steinhagel meine ich. Felshagel. Steinhagel. Auf den Luftballon. Wenn der nicht platzt. Nur großartig. Das ist entscheidend. Aber, wie man sieht, stehe ich nicht so auf Entscheidungen. Ja, mach mal nochmal Eissturm. Und mach mal wenig Schaden, bitte. Spukball. Den hat er sich doch extra aufgehoben. Es ist 46. Ich muss aber trotzdem immer noch ein Match machen. Also, unter Zeitdruck GBL spielen, das geht ja auch gar nicht. Ja, wer macht denn das schon? Also, ein Match ist noch da. Ein Match können wir noch machen. Ich weiß nicht. Ich glaube trotzdem, dass ich vielleicht ein anderes Team beim nächsten Mal wählen würde. Vielleicht irgendwas, wo auch Meditalis mit drin ist. Und Azumarill. Ich. Die Oxis und Regis Diel, ich weiß nicht. Die sind mir halt so, die sind klotzig. Die halten zwar was aus, aber die brauchen immer so ewig bei allem, bis sie mal ihre Moves voll haben und irgendwas. Äh, Logok? Fege, Feuerfeger, nix. Macht der irgendwas? Einen Zustand? Nö, sieht nicht so aus. Der hat schon wieder irgendwas gewechselt. Ich weiß aber noch nicht, was. Ein Sichlor. Jetzt bin ich noch schlauer als davor. Äh, was macht Sichlor? Ja, gucken sie uns mal an. Kreuzschere. Zack. Ja, warum nicht? Mach halt Sichlor, Kreuzschere, Bruder. Eigentlich wollte ich jetzt auf Drachenpuls gehen, aber wir nehmen nochmal den Himmelsfeger, weil der ist schon voll. Bevor ich tot bin, setze ich den halt nochmal ein. Hat er wenigstens wieder abgewehrt. Und seine Schilde sind alle weg. Zielschuss ist nix. Aber der hat, er hat ja nicht mehr viel Energie. Da können wir doch bestimmt jetzt mit Zielschuss, äh, das letzte bisschen weg machen. Und schon mal unsere Moves aufheben. Wir haben auch noch genügend Schilde. Seine Moves sind eh nicht so stark. Das heißt, wir können jetzt hier gemütlich draufhauen. Ohne dass der uns was tut. Ey, ich glaube, ich muss immer Registil nehmen jetzt. Ey, Registil ist der Beste. Vor ein paar Minuten habe ich nur noch schlecht geredet. Jetzt sehe ich das ganze Potenzial. Und jetzt könnte ich sogar fast auswählen zwischen Fokusstoß. Ah! Der kommt rein und bringt mich direkt um. Ja, wir sind jetzt trotzdem mal auf Fokusstoß gegangen. Ist ja klar, vor allem der hat Feuer und Kampf. Ist beides effektiv gegen mich. Lichtkanone können wir auch noch machen. Machen wir nochmal hinterher. Ansonsten weiß ich gerade gar nicht, was Azumarill noch vorhat. Mit Eis wahrscheinlich wieder irgendwas rumkaspern. Der wühlt da immer gerne rum. Was ist denn? Macht der nichts mehr? Oder ist jetzt irgendwie... Ist die Lust vergangen oder was? So. Fokusstoß. Ach, ist das schön. Naja, aber meine Energie nimmt noch ab. Und dann ergibt auf. Vor allem ist es auch gut, dass man mich sieht und ich das Handy die ganze Zeit vor mein Gesicht halte. Äh, sodass man mich ja eigentlich doch nicht sieht. So. Ah, natürlich einen. Ja, ist klar. Einen da verloren zwischendurch. Dann haben wir das. Dann haben wir hier. Dann haben wir jenes. Können wir hier reingucken. Ich hab sogar zwei verloren, oder? Ich hab alles verloren wahrscheinlich. Nehmen wir wohl Nona noch mit. Neuer Dreck. Kaputter Sound. Was ist da schon wieder los? Werdet ihr auch immer angeschrieben und die Leute schicken euch immer Tracks, die ihr anhören sollt. Feedback geben und sonst was. Leute, mit denen ihr nichts zu tun habt und die ihre ganze Liste immer von oben nach unten abgehen. Ihr wisst, von nix kommt nix. Wie das so komisch? Normalerweise bin ich jetzt erst im Fangbildschirm. Also im. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich den nächsten Kampf starten will, dann hab ich wieder irgendwas anderes draufstehen. So, wie sieht's jetzt hier aus? Fünf von sieben. Sieben Kämpfe gemacht, fünf gewonnen. Das ist heftig. Jetzt geh ich zurück und bin in der Pokébot-Box. Ich wollte doch eigentlich mal gucken, was das Maromai vorhin hatte. Das hat wenig Angriff. Das sieht gut aus. Und wo ist unser Maromai hin, was wir hatten eben? Das hat... Naja. Das verschicken wir jetzt mal. Das könnt man jetzt tauschen mit jemandem. Aber wir verschicken es einfach, um euch zu ärgern. So, das war eine kleine fixe GBL-Folge. Es ist 17.50 Uhr. Theoretisch könnte ich jetzt hier die Aufnahme stoppen und direkt in den Stream wechseln. Das war's also von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und schreibt mal eure Statistiken rein, wie weit ihr ungefähr jetzt seid. Obwohl das Video kommt ja, jetzt ist Dienstag. Das Video kommt erst am Sonntag, wenn schon. Bis dahin ist man natürlich viel, viel weiter. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut. Vielen Dank.